Tatsächlich bei den Elementen der Ekstase, gerade weil sie ja mit zum Beispiel Wasser und Feuer als zwei von vier Naturelementen auch umgehen, ich habe das oft gehört, ah ja und Männer sind ja Feuer und Frauen sind ja Wasser. Und nein, so ist es nicht. So ist unsere kulturelle Behauptung und so ist auch in einigen taoistischen und tantrischen Traditionen eine Form von Zuschreibung. Trotzdem ist es viel zu vereinfacht, dieses ganz duale, ganz polare Männerfeuer, Frauenwasser jetzt irgendwie gleichzuschalten mit Elementen der Ekstase definitiv nicht. Die Elemente der Ekstase sind wirklich ein sehr viel reicheres Spektrum und ich arbeite ja auch seit Jahrzehnten mit Menschen zum Thema Sex und kann sagen, sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen fühlen sich von dem, wie ist männliche Sexualität und wie ist weibliche Sexualität gestresst statt bereichert. Darüber sprechen wir nicht, weil wenn sie sagen, ja, also das ist ja irgendwie auch total weiblich, wenn man sich dabei mit seinen Gefühlen verbindet. 5% aller Frauen atmen auf, wenn man das ihnen sagt. 95% sagen einfach nur nichts dagegen, wenn man ihnen das sagt und denken, ich muss irgendwie mal mit meinen Brüsten und meinem Herzchakra irgendwie zu Rande kommen. Die müssen gar nichts. Die Elemente der Ekstase ist das Ende dessen sexuell überhaupt irgendwas sein zu müssen, tun zu müssen oder überhaupt auch nur an sich verbessern zu können, weil die Elemente der Ekstase so deutlich erlebbar machen, ich bin sowas von vollständig. Ich habe alles, was ein Mensch braucht, um als Mensch zu leben und für das Erleben von Ekstase. Ich wusste es nur nicht, weil ich mich mit Definitionen oder Anforderungen an mich selber oder sexuellen Glaubenssätzen rumgeschlagen habe, die meiner Ekstase nun mal im Wege stehen. Und ich habe dann sogar erlebt, dass, wenn ich dann diese verschiedenen Elemente und Flügelelemente aus den Elementen der Ekstase definiere und Menschen vorstelle, dass tatsächlich dann diese Konditionierung so ein bisschen rattert in den Köpfen. So dieses, ich als Frau so, ha, jetzt kommt das Wasserelement. Bin ich das? Und ich so, nee, aber irgendwie nicht, aber müsste ich doch irgendwie sein. Und Männer irgendwie so, oh ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich Feuer, das bin wahrscheinlich ich. Und wenn ich mir das jetzt angucke von dem her, was wirklich von Menschen zurückgemeldet wird, als für mich fühlt sich sexuelle Erde total stimmig an, für mich fühlt sich der Flügel der Luft als Element der Ekstase nach meinem Sex an, wenn ich mir all das anschaue, dann sehe ich keine prozentualen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ich sehe es dann nicht, ich finde es dann nicht mal mehr lohnend, von Männern und Frauen zu reden oder auch nur von männlicher und weiblicher Sexualität. Weil noch einmal, ich meine, Sex ist die ganze Schöpfung. Und wenn es eine Sache gibt, die sich ungern wiederholt, dann die Schöpfung. Wir Menschen, wir wiederholen uns gerne. Wir langweilen uns gerne. Wir erschaffen gerne Routinen. Wir kleben an den Konzepten, aber nicht der Sex, nicht die Ekstase, nicht der Orgasmus, nicht die Schöpfung selber. Das heißt, wenn wir durch die Elemente der Ekstase merken, wie lebendig und einzigartig jeder sexuelle Moment ist, dann stirbt dieses Interesse daran, diesen Ozean aus Empfindung reinzupferchen in Konzepte und vor allem reinzupferchen in so enge Konzepte. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass wir mittlerweile wirklich auf ganz vielen Ebenen in dieser Gesellschaft achtsam damit geworden sind, zu sagen, Leute, wie viele fühlen sich ja eigentlich nicht angesprochen, wenn wir von Männern und Frauen reden? Wie viele fühlen sich nicht angesprochen, wenn wir von männlich und weiblich reden? Das ist sehr, sehr gut. Und es bricht eine Wand aus Panzer weg. Aber da sind noch viele Wände. Und im Endeffekt ist die Wand, sich gegen Ekstase überhaupt zu wehren. Weißt du, es ist immer so, Menschen sagen, gut, dann gib mir das bessere Konzept. Dann gib mir die weichere Definition. Wie ist es, das Denken so sehr losgelassen zu haben, dass ich gar keine Definition mehr brauche? Und als vielleicht ein letzter Punkt, auch wie sehr die Polarität, ja, aber männlich-weiblich Polarität plus minus. Klar, Polarität ist eine Möglichkeit, wie Energie anfängt zu tanzen und wie Energie in den Dialog geraten kann zwischen Innen- und Außenwelt. Eine Möglichkeit, nicht die einzige. Wie sehr diese plus minus, diese männlich-weiblich, diese Yin-Yang-Polarität genutzt wird oder überhaupt als sexueller Turn-on erlebt wird, ist von Element der Ekstase zu Element der Ekstase unterschiedlich. Für Feuermenschen zum Beispiel ist es relativ wichtig. Für Wassermenschen ist es relativ unwichtig. Weil zum Beispiel ein Wassermolekül plus und minus Polarität schon im eigenen Molekül hat. Und das sehen wir in dem, wie menschliche Wassersexualität gestrickt ist. Die kommen sehr, sehr gut in sich selber klar. Und das ist interessant, also dieses ganze Hinterherlaufen mit dem, ja, aber es braucht ja männlich und weiblich. In einer Welt, die so erkaltet und unextatisch ist wie unserer, ja, da müssen wir wirklich mit allen verfügbaren, übrig gebliebenen Mitteln auf die Tube drücken, um auch nur in die Nähe von einem Lustgefühl zu kommen. Klar, aber so sind wir nicht designed. Das haben wir in dieser Kultur aus uns machen lassen. Und deswegen sind die Elemente der Ekstase neben allem Wissen und allem Neuen und allem, was man darüber wirklich lernen kann, vor allem geeignet, sich durch diese Kultur nicht mehr sexuell verhunzen zu lassen. Also es ist eigentlich auch ein Highway, falsches Wissen, toxisches Wissen loszulassen. Das ist eigentlich auch ein Highway, falsches Wissen, das ist eigentlich auch ein Highway, das ist eigentlich auch ein Highway.